Der Goldschakal ist auf dem Hals, also ab dem Fangen hinunter eher hell und auf den Beinen auch hell, hinter den Ohren hell und dort überall ist der Fuchs eher dunkel. Goldschakal bevorzugen Habitate, wo sie sich gut verstecken können. Generell kommen sie überall gut zurecht, in der menschendominierten Gegend, wo auch viele offene Flächen sind. Solange gute Deckung da ist, ist das überhaupt kein Problem für sie. Was sie gerne mögen, ist auch entlang von Flüssen oder Wasserläufen zu leben, da finden sie ausreichend Nahrung. Der Goldschakal hat ein sehr breites Nahrungsspektrum, das ist sehr ähnlich dem des Fuchses. Das heißt, er passt seine Nahrung, also seine Nahrungswahl auch an das an, was gerade verfügbar ist und auch was regional verfügbar ist und auch saisonal. Das heißt, in der Regel geht das von Kleinsäugern bis kleinem Schalenwild, aber eben auch in Richtung Insektenamphibien. Also es ist sehr breit angepasst an die Situation. Der Goldschakal nimmt auch Pflanzliches zu sich, eben je nach Saison und was gerade reif ist, was er sehr oft nutzt in vielen Ländern. Das zeigten Untersuchungen aus Serbien zum Beispiel, das sind Schlachtabfälle oder auch Kadaver, die zum Beispiel nach der Jagd auch überbleiben. Also man sagt auch Aufbruch dazu, das sind die Reste, die einfach im Wald verbleiben. Das nutzt der Goldschakal sehr gerne. Im Rahmen des Goldschakal-Projektes sammeln wir seit 2015 Nachweise in Österreich. Das heißt, als erstes ist mal der Aufruf auch zum Beispiel, wenn man eine Sichtung hat. Das heißt, wenn man ein Tier sieht und vielleicht sogar ein Foto machen kann, dies an das Projekt zu schicken. Als weiteres machen wir dann in der Gegend, wo wir Nachweise vermuten, akustisches Monitoring. Das heißt, wir fahren in das Gebiet, spielen einen speziellen Ruf ab und hoffen dann auf eine Antwort, um den Nachweis zu bestätigen. Das bedeutet quasi den Nachweis einer Gruppe, weil sie heulen sehr gerne, sie antworten sehr gerne, wenn sie sich schon in einem Gebiet niedergelassen haben. Was wir noch machen im Projekt ist natürlich auch Kamerafallen zu nutzen. Das heißt, in Gebieten, wo wir schon ein bisschen mehr über die Tiere wissen, wollen wir auch ihre Aktivität in der Nacht oder untertags ein bisschen genauer untersuchen. Und das machen wir mit Kamerafallen. Außerdem haben wir im Projekt noch seit einiger Zeit einige Spürhunde, Artenspürhunde, die nach der Losung von Goldschakalen suchen. Das machen wir aus verschiedenen Gründen. In erster Linie einmal, weil wir uns als Menschen ein bisschen schwer tun, die Losung von anderen Kaniden zu unterscheiden. Das heißt, ob das jetzt ein Fuchs oder vielleicht ein Hund oder eben von einem Goldschakal war, das ist für uns ein bisschen schwierig. Und deshalb nutzen wir die Artenspürhunde, die einfach mit ihrer Nase eine unglaublich wichtige Methode geworden sind, um uns Material zu liefern. Diese Losungen werden dann im Diennallabor untersucht und genotypisiert. Im Rahmen des Goldschakal-Projektes konnten wir schon in einigen Gebieten Gruppen, Goldschakal-Gruppen nachweisen. Das ist speziell in den Grenzgebieten auch Burgenland Ungarn zum Beispiel oder auch Richtung Slowenien und die Slowakei. Dort gibt es jeweils Nachweise, die auch Reproduktion bestätigen konnten. Es ist deutlich sichtbar die letzten Jahre, dass mehr Nachweise einlangen. Das hat natürlich mit mehreren Aspekten zu tun. Auf der einen Seite, es wird einem bewusster, man weiß jetzt mehr, dass es vielleicht Goldschakal in Österreich geben kann. Und deshalb sieht man sie vielleicht auch, die man vorher nicht sehen würde. Und das Zweite ist natürlich, dass es auch tatsächlich mehr werden und sie sich ausbreiten. Das sieht man in ganz Europa. Der Trend ist in vielen Ländern steigend. Wir haben jetzt mittlerweile schon in Norwegen den nördlichsten Einzelnachweis gefunden. Das heißt, in Deutschland letztes Jahr zum Beispiel die erste Reproduktion. Und auch in Polen und der Tschechei. Also es gibt immer mehr Nachweise in Europa, die in Gebieten sind, die vorher nicht bekannt waren dort. Was also im Goldschakal-Projekt nach wie vor sehr wichtig ist, sind einfach die Meldungen. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, einen Goldschakal zu fotografieren oder zu filmen. Oder vielleicht ein totes Tier findet. Oder auch Abschüsse. Wenn man das einfach meldet und dass wir diese Daten sammeln und in einer Verbreitungskarte darstellen können. Das ist sozusagen immer noch eines der wichtigsten Dinge in dem Projekt. So, das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann wird das Glück. So, wie wir die Daten im Theater robben sind,